Ja Freunde, ihr habt es gesehen, das leckere asiatische Essen ist jetzt fertig und jetzt habe ich tatsächlich noch ein bisschen Zeit für das Dessert. Und das wird ein Joghurt-Quarkträumchen mit leckeren Früchten. Das Dessert ist diesmal relativ einfach, denn die Zutaten werden im Grunde alle nur hier in die Schüssel getan und zusammen gemischt. Ich fange an mit dem Quark, griechischer Joghurt, einen Schuss Mineralwasser, Zitrone, Puderzucker, nun noch das Vanilleextrakt dazu und dann alles schön cremig schlagen. Die Früchte dazu, umrühren und fertig zum Essen. Schaut euch das an, sieht das nicht lecker aus. Das kommt jetzt noch eine Nacht in den Kühlschrank. Die Früchte können dann auftauen, nochmal umrühren und dann genießen. Jetzt wird natürlich auch noch gekostet, schaut euch das an. Ja, ihr habt es gesehen, auch hier haben wir wieder ein Dessert, was richtig schnell geht und richtig, richtig lecker schmeckt. Und das Schöne dabei ist, das isst ein Low-Carb-Dessert. Leute, ich kann es euch nur empfehlen, macht das nach, probiert das aus, ihr werdet es lieben. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall von euch. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde. Tschüss.